Ich hab hier fast die Hose gepisst! Oh mein Gott! Junge! Rappel! Ihr macht dreckig! Dirk, aber das ist für eine Villa! Oh mein Gott! Wir haben eine Woche gebucht, ja? Oh mein Gott! Ey, wir brauchen ein Stuhl, ja? Oder wo waren wir gerade? Ey, Cornelius, kannst du das Stuhl bringen? Aber ich will sagen, was kannst du machen? Boah, ich hab die Kasse nicht drauf. Wenn Rappel das macht... Was denn, was denn? Rieser! Oh mein Gott! Boah! Ich hab schon mal einen Challenge darum gemacht, aber ich musste das zum Glück nicht machen! Ja, aber Rieser ist heiß! Haro hat das gemacht, er ist gestorben, Bruder! Ich hab das gemacht, ich bin... Ich wär auch an meinen ganzen Profis rausgefallen, Alter! Was kann man jetzt machen, Chat, Jörg? Lass doch Golf spielen jetzt, Digga! Ich wollt grad sagen, warum sagst du Nein, Jürg? Lass Golf machen! Mach das aber auch gut! Wir haben im Hintergrund, haben die uns hier richtig geile... Zeig mal hier einmal! So richtig geile Minigolf-Bahnen aufgebaut, würde ich sagen. Ey, wie viele Bahnen haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht... Kannst du spielen? Minigolf? Ja, ja, ja. Wir haben die Bonn... Aber um was? Um was spielen wir? Um eine Bestrafung! Was ist eine Bestrafung, Dig? Ah, Cornelius ist auch noch da! Cornelius! Ja, ich schieß mich einfach! Ich freu mich, heute einen Gast zu begrüßen! Ich freu mich, heute wieder dabei zu sein! Ey, wusstest du, dass aus Arbeit kommt? Ja, das wusste ich! Ehrlich? Das wusste ich! Ich hab ne Idee für die Beziehung! Ey, was ist das für ein Sticker! Lösch den! Lösch den Sticker! Ey, was ist das für ein Sticker von mir, Junge? Warum habt ihr den Sticker von mir? Lösch den! So, meine lieben Freunde, jetzt werden wir Minigolf in der Villa spielen. Wir haben neun Bahnen. Jeder gegen jeden. Und jeder hat jeweils sechs Versuche, in den Loch einzulochen. Deswegen, es wird spannend, heute mit einem sehr speziellen Gast, Hamid. Okay, ich sag ehrlich, Minigolf bin ich gut drin. Ich kann sogar richtig golf. Habt ihr hier, wo ist ein Golfball? Gib mal ein Golfball! So! Boah! Oh! Oh Gott! Ey! Der hat fast die Scheibe getroffen! Der hat fast die Scheibe getroffen! Aber das ist falsch geworden! So ein bisschen entfernt, ne? Ey, die Scheibe wird durchgebrochen. Ich schwör auf meine Hand. Wir fangen... Da hinten ist eins! Da hinten an, genau. Und gehen systematisch einfach voran. Jeder fängt immer von Anfang an. Sechs Schläge und derjenige, also... Der wenigsten Schläge, um zu treffen, hat gewonnen. Genau, hat einen Punkt sozusagen erzielt. Aber wenn der Ball ins Aus geht, sozusagen, also nicht mehr auf der Fläche ist, fangen wir wieder von vorne an. Mit oder ohne Test? Ohne Test! Okay! 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 Jetzt hat er versucht! Oh! 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mach du ja! Bist du ready? Hau doch einfach deine Dinge da rein! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Der ist raus! Der ist raus! Das ist der JJ! Mach wieder gerade! Ein Minuspunkt! Nein! Ich hab nur gesagt, Quenster! Ich seh jetzt schon! Das ist wie ein Drittler-Film, Alter. Er macht seine Augen groß auf, ne? Ich seh seinen Bein, Bruder. Sein Bein ist so unterspannend. Oh mein Gott! Ich kämpfe doch nicht mal diese Peace-Bar! Das ist so Katastrophe, ne? Dann bist du letzter. Was kocht hier? Du kannst das doch nicht aufmachen, wenn das kommt! Das ist mein Hohlkopf, ich schwör auf meine Mutter! Ich liebe Hameds Auge! Hameds Auge, Alter! Ich ess das auch, ja! Wie viele Schläge hat er? Drei! Drei, drei, eins! Samy ist am führen. Ich würd sagen, wir gehen zur nächsten Bank. Das ist ja easy, Alter! Und jetzt einfach in die Mitte, ne? Ja. Das ich schaffst, ne? Junge, ich schaff das, Junge! Chill, chill, chill! Von da musst du weiter machen! Junge, das ist der Ding! Du musst die Mitte tragen! Ihr schiebt das! Hä? Was hab ich denn da geübt, Alter? Was? Der war knapp! Mann! Mann! Ey, ich glaub, Hamed wird die Bestrafung nehmen, ne? Ey, der ist schlapp! Süßt um ihn war das letzte! Ja, endlich! Jungs! Wie viele... Jetzt mach ich einfach so! Geile Taktik, sei dumm Junge, wie das nicht klappt! Taktik, sagt der! Ich hab dich reingeschissen! Warte, wie viel hat der? Warte, wie viel hat der? Warte, wie viel hat der? Warte, fünf! Oh mein Gott! Dann musst du ihn treffen werden! Ja! Ja, und jetzt bin ich das auch! Deswegen... Er hat recht, er hat recht! Okay, zwei Zweiter! Das war der Zweite! Schreib auf! Na, jetzt sein Zweiter! Ja, ja! Guck mal, für Arme ist der drin! Ganz einfach! Oh mein Gott! Meine Fresse, du Bissgerät, ja! Junge, ja, bitte, ja! Wie willst du das noch retten? Ja, mach dir mal keine Sorgen! Fünfter Versuch jetzt! Nur um sieben... Ey, ey, ey! Das war eins! Ey, Bruder! Alles das war's! Ich spiele in Partei, ich spiele ganz ehrlich! Ja, war... Ja! Mit dem Teppich sogar! Nein, hab ich's nicht! Du kannst das schaffen vom Pumper! Ja, du kannst lüpfen! Triff alles, aber nicht die Karte! Guck mir, Alter! War nicht! Also er hat sieben Punkte! Genau, er hat sieben! Jordan, sieben Punkte! Also, fürs Verständnis des Zuschauer... Je mehr Punkte, desto schlechter! Was ist die nächste Bahn? Die nächste, das muss gerade sein! Ja! Ist das schon die nächste? Das ist die schwierigste, Junge! Das ist die schwierigste! Ich hätte gesagt, hier! Guck mal! Hier ist die nächste! Wenn das einfacher noch ist... Nein! Ja! Nein! Der war krank! Wie dumm! Der war krank! Wie dumm! Der war krank! Der war krank! Oh mein Gott! Jo! Reifersuche! 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 Dann machen wir das so! Dann machen wir das Abversuche! Das kann nicht sein! Ich hatte das vorher gerührt! Ich würde, dass die beiden verdienen! Ich hab geschwitzt! Ah! Boah! Ich hau die Dinge gleich! Ja! Ja! Der kommt hinter den! Oh mein Gott! Das ist der Versuch wieder vom Anfang! Ja, guck mal! Oh mein goodness! 3, 2, 1! Oh mein goodness! Was geht ab? Mein Name ist Jordan! Jordan! Ey, Chat! Alles sehr professionell! Also! Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Bahn! Sami ist zur Zeit am frühen! Warte! Einer muss gucken, ob das... Guck mal! Das kann gar nicht da drauf gehen! Das ist dumm! Nein! Das geht hier weg eigentlich! Nein! Das schaffen wir! Wir haben das sogar ausprobiert! Ja, das muss hier so sein müssen! Das, 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 das geht schon! Wir haben das ausprobiert! Vertrauen! Jungen, wir haben gleich ausprobiert! Schäuptling! Oh mein Gott! Musch von hier weiter jetzt! Ja, ja! Wie soll ich das machen, wenn das Ding da ist? Das schaffst du! Kann ich das schlagen? Zählt das als ein Ding? Nein, nein, nein! Soll ich so machen, oder was? Ja, mach, mach! Ja! Guck! So easy! 2! 2! So tun wir Tee, das schade! Ha, ha! Okay! Wie war Bille? Darf ich auch mal die Dings reinlegen? Du musst das versuchen! Ich kann das doch einmal kurz nach hinten nehmen! Nein! Eigentlich nicht, oder? Doch, weil das... Bei mir überhaupt nicht! Bei mir überhaupt nicht! Bei mir überhaupt nicht! Bei mir überhaupt nicht! Okay, zeig mal wie ich gehe! Ja! Zweiter Versuch! Ja! Mein Gott! Ah! Schon wieder! Bruder, das ist doch... Sie schreiben Sammy nicht verschieben! Oh, Mann! Was ist das? Wisst ihr, was es heißt? Wieder von vorne! Wieder von vorne! Das ist jetzt der fünfter Versuch! Von unten! Ich habe kracht! Ich habe zehn Punkte! Er hat noch einen Versuch! Schreib sieben Punkte! Er hat noch einen Versuch! Okay! Ah, bitte! Sieben Punkte! Sieben Punkte! Stimmt! Wie viel habt ihr sieben? Eins, fünf, eins, sieben! Mit André! Oh, der trifft! Der ist gut! Ja, ganz einfach! Hä? Wie geht das? Ich höre, das ist alles korrupt! Ja! Ey! Ich schwöre von euch, Schiri! Schiri jetzt von neu! Jetzt von neu! Ja! Warum? Jetzt dein vierter Versuch! Dritter Versuch! Ja, ganz einfach! Jetzt dein fünfter! Ja, ganz einfach! Letzter Versuch! Ja! Ey, Jordan! Sieben Punkte! Mein Name ist Jordan! Schreib mir gerne im WhatsApp! 0176 616 949 36! 0176 616 949 36! Hä? Bist du dumm?! Der hat seine Nummer geliebt! 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 Hä? Ist er dumm, Bruder? Er sagt einfach ruf mich an! Und sagt ehrlich sei deine Nummer im Street! Okay, ich schaff das! So, komm! Er hat deine Augen auf, Schiri! First try halt! Oh! Oh mein Gott! Junge! Warte, ich bin clever! Ich bin clever! Was war clever? Das war jetzt mal? Dritter! Oh! Oh! Ey, Junge! 3! Ich gewinne! Der war stark! Der ist reingekommen! Auf jeden Fall! Guck mal! Am Ende heute im Umfeld ab links! Mach deinen Schlag! Oh mein Gott! Ich würde auch meine Taktik machen, mit einmal zur Seite! Warum höre ich denn den Strom? Aber Hamas hat mir was gesagt! Ich wollte das gerade machen! Jetzt habt ihr das angekommen! Ich wollte genau das machen! Eigentlich schuld! Ich bin von vorne! Von vorne! Fertig! Dein dritter Versuch jetzt! Was hab's für Hamas? Oh! Wieder vor 9! Knapp, knapp! Fünfter Versuch nun! Sag doch mal Danke, Junge! Ja! Hey, Danke, Schäuble! Fünf Versuche, Sammy! Hamas! Hamas! Loco! Ja! Vor 9! Oh mein Gott, der ist gut! Oh! Was ist das für ein Kasten hier, Junge? Dritter Versuche! Das ist einer der schwierigsten, ne? Ja? Sagst du? Ich schwöre! Hau doch einmal drauf, das Ding! Hier mit 9 einfach! Mit 9! Mit 9! Nein, der John hat 24 Punkte, sorry! Und der Sammy hat 7, 14, 19! Das heißt, der Hamas ist zur Zeit am Hürgen! Was hat der denn? Hamas hat... Sechs! Neun! Sechzehn! Sechzehn! Du hast 19! Und du bist letzter! Mit wieviel hat er? 24! Was kriegt der letzte denn? Der letzte war scharf! Und der zweite? Chili! Haare! Haare färben! Boah, ich will irgendwie das Hamel Haare färts, sprich mal! Wenn er das Ding gewinnt, dann check ich gar nichts drauf, dieser Leute, ja? Äh, mit Ansage, ne? Hat er gesagt, ja, ist gut! Was? Der letzte Kronox! Der letzte Kronox! Hey, muss der nur da rein? Ja, ja! Hä? So, ich hab ihn, erster Versuch! Einen Wunsch hab ich vielleicht, ja! Ha, ha! Ha, ha! Das spricht die Scheiße ab, aber! Bis zum Neuerfagen! Uh, zwei Versuche, Sami! Wuh! Das war knapp, Alter! Das war gut, das war gut! Mhm, mhm. Der beste Kronox! 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 Gibt mir alle Bagen. Mein Ball ist gebrochen. Das ist der beste Kronlox. Wow. Das ist gefährlich, Bruder. Das hat nicht gepasst. Man muss schnell schlagen, damit das die Kurve überhaupt kriegt. Ey, das geht gar nicht. Das ist so schwer. Das geht gar nicht. Wir müssen das bisher so machen, weil der geht immer so. Ja, Junge, jetzt muss ich wieder von vorne. Nein. Wie? Du wolltest es selber vorhin so hinlegen. Nein. Sammy meint es. Bitte, ein Versuch. Was? Junge! Wenn du es wieder vorhin bekommst, hast du klar gemacht. Mann. Ich glaube, du darfst mich so einfach machen. Ja, das ist gut, das ist gut. Wichtig. Der letzte Versuch, ne? Ja, ich weiß. Ich mach das nicht, Junge. Da kommen irgendwelche Sounds. Nein! 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 Das warst du. Nein! Wir haben die gemietet. Wir haben sie gemietet. Wir haben sie gemietet. Gib mal den Panzertipp. Ey, wir holen dir einen neuen. Wenn du gerade zuschauen, wenn du gerade zuschauen solltest, wir kaufen dir auf jeden Fall einen neuen. Nein! Wie viel das Monk? Hier ist, hier ist! Ey, du gibst das ab. Halt deine Fresse. Du zahlst das Alter. Wir geben das ab und sagen Hamid war das. Wir sagen Hamid war das. Wir sagen Hamid war das. Nein, dann schicke ich den Clip. Ja. Ja, was tun? Nein, dann bearbeitet das Leute. Kommt rein, geschissen. Das fällt nicht auf, ja? Nein, nein. Passt eigentlich. Ihr erkennt das glaube ich nicht, ne? Boah, wir schlagen die so. Haben wir dich doch einen? Ey, Chad. Das ist unser letzter, ne? Ey, ey. Wer den kaputt macht. Golfschläger sind so teuer, ne? Ich glaube der allein kostet schon über 150 Euro oder so. Oh, wir wollten einmal einen kaufen. Die hatten gesagt, der billigste kostet 150, ne? Oh mein Gott. Das ist so getribbelt, Bruder. Du musst genau von da machen. Nalo, genau von da. Schreibe ich dich an. Zwei, ich hab ja nicht mehr. Alter, ich weiß nicht wie ein scheiß Ding ich hätte. Ist das ein Dump? Hä? Aber das ist alles, das hält nicht, Bruder. Der hat da drauf geschlagen, das hat sich verbogen. Vierter. Ja. Nee, nee. Ich glaube, alles folg ich, ja. Hüfter. Mein letzter Versuch, Bruder. Hier, Essie. Essie. Hä? Vertraue mir einfach. Er hätte mir auch Kuhla geben können. Ja, aber ich wollte nicht so viele Kumpel geben. Wo wir machen? Ja, ich küsse dein Herz. Semi sieben Punkte. Ja, bitte, Alter. Tot. 3, 2, 1. Oh mein Gott, das war perfekt eigentlich. Das war aber zu hart. Nur noch ein bisschen leichter. Ich seh, ich seh irgendwie schon, dass du reingeht. Ey. Das ist schon gut gelaufen zum Jubel. Ich wollte ehrlich laufen. Hat er mich gerade nicht ausgelacht? Jungen, du lachst, Jungen. Äh. Fünfer Versuch. Das ist sogar richtig kacke. Zwei. Das ist das. Ey, wie viele haben wir eigentlich? Letzter noch. Letzter, ne? Junge. Boah, haben wir das jetzt nicht sagen sollen. Jetzt bin ich direkt. Komm mal mit. Scheiße. Ey, wisst ihr was das heißt? Wir kommen jetzt zur allerletzten und finalen Runde. Boah, die ist schwer, ja? Das ist die aller schwerste. Ey, sie ist amtspruchsvoller und cooler für mich. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Meine lieben Freunde, aber kurz noch einmal für die Zuschauer. Wir fangen hier an. Soll ich einmal proben? Eine Rampen. Oh nein, ohne Probe. Oh nein, ohne Probe. Ja, ich wollte gerade sagen. Haha, eine Rampen direkt da rein. Boah, das schaut doch keiner von uns. Niemals. Ey, sag niemals nie. Pass doch auf die Kamera auf, ich sag dir ehrlich, ne? Oh mein Gott! War knapp, war knapp. Nein! War echt knapp. War echt knapp. Regal Messi. Regal Messi, Regal Messi, Regal Messi. Er schießt, er nimmt und da passiert einfach gar nichts. Viel habe ich noch. Oh Gott! Dein allerletzter Versuch jetzt. Richard kann einfach nicht zählen. Ich hab extra... Oh mein Gott, das war gut, aber man hat es nicht gesehen. Also 10 Punkte, ne? 7. Jetzt ist Sammy. Der war so knapp. Willst du weiter nach links wäre der dritte. Ey, ich gebe dir. Ich gebe dir. Wenn du mommelst, legst du dir einmal. Nein, Bruder. Weg einfach ab. Nein, 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 bitte. Geh weg von mir. Ah fuck! Ich habe den nicht getroffen. Dann riefst du schlecht. Ja! Ja! Ey, Sammy dritter Versuch drinnen! Oh Mann! Wirst du der letzte oder schaffst du es noch? Mann! Er hat doch noch gewonnen jetzt! Guck mal, von diesem Ding habt ihr das jetzt gesehen, Chat? Guck, jetzt erster Versuch. Das ging in mein Ohr, in meinen Arm und rein. Scheiße! Scheiße! Okay, ich habe Dreh raus. Bisschen fester noch. Guck mal, das sind wir jetzt. Boah! Alter, du enttäuscht gerade Thomas. Ach du밤chen auch in die Frisse! Thomas! 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 Das macht keinen Sinn... E중 fertig, oder? Ja Tick?! BIPP умственone, BIPP умmen! Das ist crazy. Mit 31 Punkten zu 31 Punkten sind die beiden Gewinner Hamid und Sami. Ihr dürft beide drauf. Es geht doch stechen, oder? Aber lass es ohne Begrenzung machen. Einfach wer schneller scheint. Oh mein Gott. Zwei Versuche. Hamid muss nachziehen. Was ist los? Ey, der muss Dings machen. Warte, warte, warte. Was? Ich hab gewinnt. Junge, wie das nicht zählt, Junge. Das zählt auf jeden Fall. Junge ohne Sinn, Junge. Das zählt. Wir haben das auch nicht gesagt. Auf einmal. Er hat es gemacht und wir haben gesagt, das zählt. Ja! 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 Das ist gut, das ist gut. Zweiter Versuch. Drei Versuche! Du verdammtes Dickspiel, Alter! Du verdammtes Dickspiel, Alter! Ey, du hast zwei Versuche noch! Komm mal. Ja! 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 Wohl sammelt! Wohl sammelt! Haare färben für Haare! Der arme Kost als Gast muss seine Haare färben. Als zweiter Platz. Sammy, erster Platz. Jordan, letzter Platz. Jordan muss Chili essen, also seid auch gespannt. Will Chili essen? Klar! Freixxw hat im fünften Monat abonniert. El Jordan Malfarben das fette Schweinpäts und T-Shirt. Geht mal her! Wuhu! 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 Ey, der hat so schwarze Haare, das sieht man hier nicht richtig! Wuhu! Ich glaube, wie die Lama jetzt läuft, was das nicht! Das geht nicht ab! Ich hab auch überall Farbe. Ey, wir haben sogar die Sässe rot gemacht! Ey, der Typ hier, der biegt uns um. Oh mein Gott, Junge, ja! Ja! Willst du einen Probe kommen? Nein, du isst einen, du isst einen, vertrau mir! Das ist Gelatine, du darfst nicht essen! Einfach lutschen, weißt du Gelatine! Ich darfst du das nicht, ja! Wie dumm! Wie dumm! Wie dumm! Oha! Bruder, gibt's einen Faragund, Junge? Was sagst du, Junge? Hey, halt deine Fresse! 20 Sekunden lutschen! 20 Sekunden lutschen! Oh! Halt das fest! Erreicht das? Ja! Oh mein Gott! Hüb ihn mal lieber! Was soll ich denn helfen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das brennt so krass, ne? Das Gelatine... Warte nach Montag, nach Montag! Oh mein Gott!